Und hier ist er, Thorsten Sträter! Die Welt ist im Wandel. Das ist ein völlig stumpfsinniger erster Satz, aber ich wollte Ihnen immer mal sagen, ohne guten Tag oder so, einfach nur, die Welt ist im Wandel. Stimmt ja irgendwie auch. Ich möchte Sie jetzt härtestmöglich darauf einstimmen, dass die Weihnachtszeit von den Toren dreut. Ich weiß nicht, ob Sie schon bereit dafür sind. Ich nicht. Aber muss ja. Deswegen haben wir tatsächlich auch Kunstschnee im Studio. Ich habe allerdings dafür gesorgt, dass er in den Säcken bleibt. Das geht mir nämlich auf die Fackel hier. Ja, was willst du machen? Außerdem werden wir gelegentlich völlig sinnlos eine Schlittenglocke einspielen, nämlich so. Das gibt Stimmung. Ho, ho, ho. Außerdem riecht es nach gebrannten Mandeln. Also nicht hier, aber irgendwo bestimmt. Naja, wenn Sie ein Fan davon sind, auf dem Weihnachtsmarkt kochende Beize in schicken Tassen wegzukübeln, meinen Segen haben Sie, geben Sie alles. Wir werden dieses heimliche Feiertagsgefühl hier voll bedienen, obwohl mir jede Erfahrung dafür fehlt. Immerhin kann ich O Tannebaum singen, aber das kann ja sowieso im Prinzip jeder. Ist das simpelste aller Weihnachtslieder. Ich erinnere mich mal, aufgestoßen zu haben. Und sogar das klang vage wie O Tannebaum. Da stand ich in der Betriebskantine und es war Juli. Trotzdem sagte ein Praktikant, wie grün sind deine Blätter. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Ansonsten werden wir in dieser Folge meiner kleinen dubiosen Show hier so richtig gemütlich zu Gange sein. Mit Gästen. So gut und schön, dass einem das Herz aufgeht. Das ist irgendwie auch eine unappetitliche Formulierung, finde ich. Das hat meine Oma immer gesagt. Da geht einem das Herz auf. Warum, Oma? Die Welt ist im Wandel. Ich schweib ab. Ina Müller ist hier. Ina Müller. Und Ingo Naujox ist hier. Herzlich Willkommen zu Stretas Männerhaushalt. Als ich noch klein war, gab es nur drei Dinge, die mein Herz höher schlagen ließen. Big Jim mit Taucherausrüstung, Godzilla, also sonntags in der Jugendvorstellung und Kirmes. Das Disneyland des kleinen Mannes. Das Herz und die Seele einer Kirmes ist der Autoscooter. Unverändert seit vielen Jahrzehnten. Hier, wo selbst Sechsjährige im eigenen Leib erfahren können, wie es sich anfühlt, auf der A4 in den Gegenverkehr zu kommen. Ein Spaß für die ganze Familie. Und doch stecken die Betreiber dieses wunderbaren Fahrgeschäfts in der Krise. Und wen ruft man da? Darsten Sträter. Darsten Sträter. Herr Petter, läuft nicht mehr so, ne? Nein, seitdem der Eurodise läuft, läuft der nicht mehr so. Das ist natürlich nicht schön. Gerade bei so einer tollen Sache wie ein Autoscooter. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Ich habe Maßnahmen erarbeitet, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Da bin ich mal gespannt. Und ich erst. Mir war so weh, so weh, als müsste die ganze Welt in Grau vergehen. Bei mir vom Hügel eine Dirne, die letzte glasse Rose stahl. Ja, Herr Petter, Lyrik lief jetzt nicht so. Es war auch scheiße. Wieso gehen wir nicht her und erschließen uns von vornherein die kaufkräftigste Schicht von Menschen, die wir in diesem Land haben. Passen Sie auf, zeige ich Ihnen. Super Ding. Nächste Fahrt ist nur für Senioren. Ich wiederhole, nur für Senioren. Ja, ich weiß, das war auch nichts. Passen Sie auf, wir machen das anders. Ich glaube, wir müssen doch mit den Trends gehen. Ruhm uns doch einfach diese ganzen Technikopfer zurück. Ja, ich bin dafür. Ja, gut. Los geht's. So, Leute, schnallt euch an. Jetzt geht ihr die Luzi ab. Jetzt gibt sie die volle Breitseite. Pokémon Go Racing Season. Ihr müsst die Chips einwerfen. Die Chips müssen eingebrochen werden. Werfen die verkackten Chips ein. Weißt du, gut. So, das macht Spaß, das gefällt. Und die nächste Runde ist nur für Clowns. Na ja, Herr Petter, ehrlich gesagt, würde ich nur einmal im Leben einen Tag in so einer Kabine sitzen und das Kommando haben. Das hat mir immerhin fast gedacht. Und es war toll. Vielen Dank, Herr Petter. Danke schön. Hör mal, kannst du mal was von Bushido spielen oder was? Nee, schieb ab. Kirmes, Kirmes, Kirmes. Kirmes, Kirmes. Ja, genau. Unterschätzt, unterschätzt. Also richtig, leider, total unterschätzt, die Autobahn A45. Denn die A45 ist asphaltgewordenes Valium. Nahezu gerade und nachts kaum befahren ist die Strecke auch was für Leute mit Sekundenschlaf. Ja, Radio an, sitzbequem eingestellt, zack ist man weggepennt. Und keiner sieht's. Oft nickt man ein, erwacht dann wieder und staunt plötzlich, hui, ich bin ja schon am Kreuz witten. Man muss, ja, man muss natürlich ab und an den Wagen neu lackieren, ist aber immer noch besser als Zugfahren. Ich seh beim Schlafen nämlich immer so unvorteilhaft verstorben aus, so. Ja, das mögen Sie lustig finden. Aber wer jemals im Bordrestaurant davon wach wurde, dass dir einer den kalten Defibrillator auf die Brust kloppt, weiß, wovon ich spreche. Das ist wirklich so. Weißt du, die Leute, wir holen ihn jetzt zurück. Und du so, hey, sind wir schon in Köln? Die erschrecken sich ab. Naja. Auf der A45 passiert einem das nicht. Und wenn man sich mal mit Kaffee wach hält auf der Strecke, kann man auch die Schattenrisse wunderschöner Ortschaften erkennen. Wie Lüdenscheid. Meine Oma konnte kein Ü aussprechen und sagte immer Lüdenscheid, so dass ich lange dachte, da wohnen nur Zuhälte, aber ist natürlich Quatsch. Deswegen A45, du Seitenstraße unter den Autobahnen, du bist sowas von unterschätzt. Hammer. Überschätzt, aber so richtig überschätzt, aber so massiv. Überschätzt, Sonntagsspaziergänge. Sonntag, 13.40 Uhr. Vor zehn Minuten hat man sich vier Pfund Sauerbraten reingezimmert und mit einem Pümpelpudding hinterhergeschoben. Das sackt einem auch schon das Blut in die Füße und der Leib kreischt nach Mittagsschlaf. Vergebens jedoch, die eigene Familie möchte einen Spaziergang machen. Also einen Marsch ohne Grund. Sich die Beine vertreten, frische Luft schnappen. Da kann man jetzt dozieren, wie man will. Zum Beispiel, dass Beine gar nicht vertreten werden wollen. Man kann Menschen vertreten bei Terminen oder so. Beine aber nicht. Und dass man frische Luft auch nicht draußen schnappen muss, weil die Luft von selbst reinkommt, wenn man das Fenster auf Kippe macht. Logik. Funktioniert er nicht. Also rein in die Jacke mit der Klimamembran und ab in die City. Jetzt wohnt man leider nicht in Florenz. Und so gestaltet sich der Marsch-Erreiz-Arm. Vorbei an den Umspannungskästen mit aufgeklebten Flyern für eine Amigos-Coverband passieren wir die geschlossene Eisdiele, den geschlossenen Schuster und das seit 1482 in Familienbesitz befindliche und außerdem sehr geschlossene Sanitätshaus sehen mehrere Gruppen Hundehaufen, die wie eine Art Minischlumpfhausen wirken und man hört sich selbst harmonisches Geseire ab, sondern wie Kerbert, ist hier Luft frisch? Und guck mal, der Rossmann hat auch zu. Zuhause bekommt man dann eine SMS von einem Freund, was man gerade so macht, man schickt das Alken mit dem lachenden Kackhaufen und erhält zur Antwort, ach warst du spazieren? Ich hätte ja auch gemusst, aber mein Bein ist in Gips, komplizierte Kiste, tut echt weh. Und man ist neidisch. Und in sieben Tagen ist schon wieder Sonntag, echt überschätzt, unterschätzt. Mann, Mann, Mann. Weg damit. So, mein erster Gast hat mit dieser Region, mein erster Gast, Ina Müller. Komm schon. Wähe ich doch, was? Ja, das läuft ja einfach. Läuft. Das ist schon, naja. Kötzig. Meidammerhausen. Ina Müller. Ich mag die so. Komm, sitz. Oh nein. Hitz dich doch. Auch für mich ein souveräner Moment. Schön, dass du da bist. Und man möchte gleich wie zu Hause. Ja, dann mach das bitte. Genau. Möchtest du? Ja. Finde ich schön. Mach's dir gemütlich. Du bist auch sehr, sehr schön. Fast festlich gekleidet. Wir sind, ich finde, wir sehen zusammen aus, wie es was mit Oma, oder nicht? Ja, es ist. Wir sind schon sehr schwarz. Es ist massiv was mit Oma. Ja, absolut. Guck mal, in dieser Weihnachtssendung hier. Ja. Ist das ein Zeichen für etwas? Nein, das ist einfach nur, wir versuchen das Ding aufzupeppen, damit es wie eine Weihnachtssendung rüberkommt. Weil mit meiner Einstellung funktioniert das nicht. Aber wenn du ab und zu so Sounds einspielst und Schnee da hast und wenn er in Säcken ist, das ist schon sehr, ich denke mir das komplett die ganze Zeit dann, die Martin drübergelegt wird, wenn es erst mal ausgestrahlt wird. Aber Hauptsache, du bist mit drin. Was, ähm, ja, ich soll dich natürlich... Ich finde Weihnachten selber sehr anstrengend. Ich bin eigentlich die ganze, eine Woche lang nur damit beschäftigt, nicht zu sterben durch Überfressen. Ist das so? Kennst du das? Dass man morgens schon frisst, mittags... Ist das eine rhetorische Frage, ob ich Überfressen kenne? Ja. Ach so. Nein, nein. Nein. Wenn die Familie zusammenkommt und man hat dann so nach zwei Stunden eigentlich alles erzählt und dann kann man Zeit nur noch miteinander verbringen, indem man isst oder drüber spricht, was man denn gleich isst, während man das eine noch isst, schon was man danach isst. Ich kann auch beim Essen gar nicht sprechen, weil es auch viel ist. Wirklich? Ja, ja. Bist du so ein Staubsauger? Ich bin tatsächlich, so eine Ente ist ja quasi auch ein Tier, das ist erst mal in einem Stück. Schnell weg. Ja. Und dieses ganze Enten- und Gänsekrams kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich kenne nur Schwein und Wurst. Schwein. Wir haben ja selber viel Schwein gegessen immer. Habt ihr selber viel Schwein gegessen, auch unter der Woche? Ja, selber auch, also nicht geboren, sondern die haben wir uns dann geholt, die Schweine. Und haben sie dann großgezogen und haben sie dann gegessen. Ihr habt die Schweine nicht selber geboren, das ist ein Interview, das nachdenklich macht. Andererseits freut mich das zu hören, wenn ich ehrlich bin. Die Leute sind ganz begeistert heute hier. Ist das immer so, wenn du ins Ruhrgebiet kommst? Also, ich glaube, die Leute sind da, weil du heute diese Sendung machst und ich habe diese Sendung kurz gesehen, als du deine erste Sendung hattest. Und ich habe den Eindruck, es könnte für länger gut funktionieren. Naja, ich bin 50. Ob das für länger gut funktioniert, weiß kein Mensch. Aber lass uns trotzdem über das Ruhrgebiet reden. Ich habe Lust, über das Ruhrgebiet zu reden. Ach, wirklich? Aber ich bin ja, ich kann ja auch nichts anderes. Ich kenne zwar Hamburg, aber nicht so gut wie du. Gibt es Unterschiede zwischen Hamburg und Ruhrgebiet, jetzt aus dem FF? Sowohl Hamburg als auch Ruhrgebiet hat so Stellen, wo man nicht weiß, ist das noch zerbombt? Oder ist das schon wieder, oder ist das schon wieder so weit? Das ist im Zweifel immer gewollt, weißt du? Ja, man weiß immer nicht. Das ist mir aufgefallen. Duisburg, größter Binnenhafen. Ganz gut, was mir gerade einfällt, finde ich. Duisburg ist auch hässlichster Binnenhafen. Ja, hätte ich jetzt nicht gesagt, aber es ist nicht so schön. Das ist immer eine noble Geste von dir. Als Hamburgerin zu sagen, Duisburg größter Binnenhafen, da gehört schon was dazu. Ich finde, das hört sich toll an. Ja, man versucht einfach nur schnell Sachen da wegzuschaffen. Das ist es, aber das ist ein schöner Hafen letztendlich. Und Fußball natürlich. Rot-Weiß-Oberhausen ist schon da. Schnüff ist schon mal vorgegangen, da wo Hamburg gerade so auf dem Weg hin ist, glaube ich. Und zwar sowohl St. Pauli als auch HSV. Ich mag, also ich muss sagen, ich bin kein großer Fußball-Experte, wenn ich irgendwo Rot-Weiß-Dach kriege, eine Pommes. Aber es ist tatsächlich, es ist so. Na, aber es hieß immer, also ich glaube, St. Pauli hat, glaube ich, die leckere Wurst. Haben Sie? Als HSV? Ja. Jetzt, ja? Also ich glaube, andere haben noch leckerere Würste. Aber man munkelt Pauli, die Pauli-Würste lecker. Das Zitat will ich nicht aus dem Zusammenhang gerissen sehen. Erzähl mal weiter. Beide Würste habe ich probiert und ich konnte weder Unterschied noch Vorteile feststellen. Apropos Wurst. Du möchtest jetzt ganz spontan an den Friesen. Ja, ich möchte mit dir was kommen mit. Ja, komm. Kommen wir mal rüber. Wir haben... Als Typ? Weder... Ja, das ist total abartig. Wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut. Ich habe das im Internet gesehen und wollte das haben. Das ist, guck mal hier, das ist ein Currywurstbrunnen. Das ist im Wesentlichen nach dem Prinzip des Schokobrunnens läuft da heiße Currypampe durch. Schokobrunnen finde ich fast eklig. Ich war mal in Hamburg in so einem Puff und da hatten die das als Spermabrunnen. Ja, da geht man vorbei, stippt ein bisschen Weißbrot ein, schon eine schöne Sache. Aber jetzt sperr mal die Ohren auf. Ich möchte dir den Brunnen kurz... Komm schon. Weißt du was? Ich bin ja so ein Live-Typ, ne? Was der Zuschauer, glaube ich, zu Hause jetzt nicht sieht, ist, dass ich dem Publikum total den Rücken zu drehe. Komm, drehen wir uns um. Nein, ich gehe dahin, wo ich hingehöre. Ja, gehe dahin, wo du hingehörst. Hina geht hinter den Tresen. Hier ist es einfach schön. Ist das gut? Ja. Wollen wir mal einstippeln? Ich gebe dir mal eine Schale rüber. Ich glaube, dass das ganz lecker ist. Aber kalte Wurst, ne? Was heißt kalte Wurst? Die ist von 16 Uhr. Lass uns mal versuchen. Guck mal hier, dann teufst du das ein. Wann ist das eigentlich entstanden, diese Gier, wie ein Paradies, so unendlich? Ja, es ist der potenzielle Überfluss. Letztendlich wird ja immer die gleiche Soße nur nach oben gepumpt. Aber es wirkt so, als wäre unterm Tresen ein 4.000 Liter Tank. Was nicht stimmt. Man schmeckt sofort, da ist kein 4.000 Liter Tank. Du hast ja vieles immer vorbereitet, aber die schnüpfrigen Fragen mag ich ja so gerne. Ja, bitte. Es gibt so Karten, die heißen, das wieder hier moderieren mit Mund voll. Ja, sei froh, dass ich nicht einen Pfund Mett gegeben habe. Es gibt so Karten, Weiberabend heißen die. Weil ich festgestellt habe, dass ihr Männer wirklich gerne an solchen Curry-Türmen mit Würstchen sitzt. Und wir Frauen, wenn wir einen Abend machen, würden wir uns sowas gar nicht aufbauen. Wir würden uns Champagner, Prosecco, sowas aufmachen, klein Bier. Natürlich. Und dann würden wir über die wirklich wichtigen Themen sprechen. Ja, hau, sag raus. Bei welchem Film hast du am meisten geheult? Tatsächlich bei Schlaflos in Seattle mit Tom Hanks. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ja, sicher. Hammer, oder? Ich habe so geheult. Wer ist deiner Meinung nach die schönste Frau auf Erden? Das ist die schönste Frau auf Erden ist tatsächlich meine Mutter, die vor drei Jahren gestorben ist. Und mit jedem Tag, die sie nicht da ist, wird sie schöner für mich. Das ist so, ja, tatsächlich. Das ist immer, habe ich, kann man nicht. Wenn du an einem FKK-Strand landen würdest, würdest du... Mit einem Hubschrauber, oder? Nein, würdest du irgendwie landen würdest. Ach so, landen, okay. Entweder durchs Wasser, oder egal wie. Würdest du dich da ausziehen? Nein, es würde so laufen, dass ich mich in die Mitte stelle und sage, zieht etwas an, ihr Affen. Ihr Schweine. Weil das ist, ja. Ich glaube, ich sage... Wenn dich deine Freundin mitten beim Sex deines Lebens darum bitten würde, wie ein Hund zu bellen, würdest du es dann tun? Wenn mich irgendjemand bitten will, dass ich wie ein Hund belle, kann er ja direkt Sex mit dem Rottweiler haben für mich. Also ich würde sagen, bevor ich belle, holst du erst mal ein Stöckchen, weißt du? Mütze... Ich würde sagen, es reicht. Ich finde auch, das ist mehr als genug, meine Liebe. Ich habe nur ein Geschenk für dich. Kommst du noch einmal rum, oder ich komme zu dir? Aber setzt du mir die jetzt auf? Nein, deine Haare sind so toll, das mache ich nicht. Aber komm mal zu mir rüber. Gut, dass du es sagst, sonst hätte ich das gesagt. Wir müssen uns jetzt leider verabschieden, aber diese Mütze würde ich dir auf jeden Fall noch schenken. Liebe Ina, schau dir diese Menschen an, sie sind ergriffen und begeistert. Ich sage tausend Dank, dass du da warst. Ina Müller, nimm deine Mütze aber bitte mit. Gerne. Wir sehen uns gleich noch. Bis gleich. Viel Spaß. Ina Müller. Bittitt. Lassen Sie uns nun die weihnachtliche Schönheit prämieren. Ja, ganz richtig. Denn falls Sie es noch nicht gemerkt haben, diese Folge ist überaus festtagsorientiert. In orientiert kommt übrigens das Wort Orient vor. Und in Festtag Esther, der Name des Formulars für ein Visum in die USA. Erschütternd. Das Wort festtagsorientiert birgt also derartig viel politischen Zündstoff, das einem ganz mulmig wird. Gleichwohl ist das völliger Schwachsinn. Aber wo wir gerade von Zündstoff reden, mein burschikoses Recherchekommando hat sich durch die Vororte der Region gepirscht, gegen die Kälte gewappnet mit daumendicken Daunendecken, auf der Suche nach Häusern und Grundstücken, die festlich illuminiert den Geist der Weihnacht hinauf beschwören, mehr oder weniger Zeit dieser Kunstform den nötigen Respekt zu zollen. Und deshalb hier nun die schönsten Weihnachtshäuser aus der Region. Platz 3. Die Glühweinfabrik vom Nikolaus. Unglaublich, aber wahr. Diesen festlichen Komplex errichtete der stille Bastler und leidenschaftliche Alcantara-Blouson-Träger Horst-Königsberg in 34 Jahren Bauzeit und nahezu in Handarbeit. Mittig ist das marzipanbeschichtete Hauptgebäude zu erkennen. Dort rösten in Altersteilzeit marode Matronen Maronen. Knifflig war es übrigens, die je zwölf Meter hohen Wunderkerzen zu entwickeln, die Sie nun hier am Ufer sehen können. Jede dieser Kerzen wird 2000 Grad heiß, stinkt bestialisch nach Schwefel, verbrennt jede Kreatur im Umkreis von 500 Quadratmetern, sieht auf den Bildern aber wahnsinnig besinnlich aus. Linker Hand sehen wir letztlich die komplett in Buchenlaminat gehaltenen Glühweinkessel. Ein jeder von Ihnen fasst sechs Milliarden Liter Glühwein. Eine Menge, die ausreicht, den Dortmunder Weihnachtsmarkt bis zu vier Stunden lang zu versorgen. Das sind 240 Minuten, Herrschaften. Alles in allem ein ganz tolles Ding. Deswegen Platz drei, wir gratulieren. Platz zwei. Wer kennt ihm nicht den kleinen Vers? Hol das Geodreieck raus, wir basteln uns ein Weihnachtshaus. Um jetzt mal Gerüchten vorzubeugen. Dieses Gebäude ist weder die Bottropper Jugendherberge der Illuminaten, noch sehen wir die Außenbeleuchtung eines Wohnheims für IT-Studenten, die App-gesteuert angeknipst werden kann, damit die Jungs auch besoffen nach Hause finden. Vielmehr handelt es sich, wenn man in polizeilichen Akten glauben darf, hierbei um die etwas zu kühl geratene Arbeit eines Mannes, dem nur sehr gerade Lichtelemente zur Verführung standen. Und zwar, weil er diese von einer der Landebahnen des Düsseldorfer Flughafens entwendete. Weswegen eine Boeing 747 aus Kuala Lumpur auch erst neben der Postfiliale in Köln-Bockel-Münzung stehen kam. Da der Dieb nicht ertappt werden will, schaltet er die Außenbeleuchtung nur zweimal im Jahr für zwei Minuten ein. Mehr weiß man nicht. Und so bleiben auch manche Fragen im Dunkel. Zum Beispiel, warum im Namen Jesu steht da im Vorgarten eine gigantische leuchtende Gewürzgurke? Daher auch nur oder immerhin jedenfalls Platz zwei. Platz eins Platz eins Hier eine Arbeit der Familie Hempelsmeier, die innerhalb Gladbecks einen Ruf wie Donnerhall genießt. Dekoration ist ihr Steckenpferd und niemand in der Gemeinde ist festtagsaffiner. Deswegen versammelt sich die Hempelsmeier-Dynastie jedes Jahr zum ersten Advent voller Inbrunst um den gekachelten Wohnzimmertisch. Jede Generation, und das sind immerhin 28 Personen, ist dann vertreten im Kaminzimmer von Hempelsmeier-Menschen. Vom jüngsten, dem zweijährigen Wildfang Rumburack Hempelsmeier bis zur 104-jährigen Matriarchin der matronenhaften Sue Ellen Hempelsmeier, Geborene Loderbock Hansen Verwitwete Scharbeutz Und dann wird in die Hände geklatscht und gesungen Um schließlich, so zur neunten Stunde, abzustimmen und festzulegen Welches Familienmitglied frohlockend obsiegt Wenn es auch dieses Jahr wieder heißt Wer kloppt dieses Jahr die leuchtende Strippe ins Gebüsch? Platz 1 geht ganz klar nach Gladbeck Und das mit den besten Wünschen, vielen Dank So, jetzt vernünftig Haben Sie Lust was zu lernen? Gut, als Epizentrum dieser Fernsehshow verspüre ich nämlich das Bedürfnis Meinen Zuschauern etwas mit nach Hause zu geben Etwas von Wert Etwas, das ihr Leben bereichert Etwas, das bleibt Ich rede von einer Fähigkeit Oder wie die Jugend heutzutage sagt Skills Etwas also, das in unsicheren Zeiten wie diesen lebensentscheidend sein kann Und ich meine schon die Erkenntnis Sich nicht mit der Brotschneidemaschine zu rasieren Kann sich ja positiv aufs Gesamtbefinden auswirken Oder nehmen wir mal sowas wie Na komm, ich sag mal irgendwie Na Hausnummer Koffer packen Na, Sie kennen das Ganz normaler Tag Draußen Sonne Frischt aber wieder auf Und plötzlich Zack Zombie-Apokalypse Erste Direktive in diesem Fall Ortswechsel Mit anderen Worten Kniegas geben Aber vorher Packen wir unseren Koffer Und zwar so, dass alles unzerknittert ankommt Los geht's Sie brauchen Seidenpapier Knitterfalten Entstehen durch Reibung Seidenpapier reduziert diese Schmierkelpapier Nicht Auf dem Kofferboden Kommt das schwere Zeug Also Schuhe Die Gutenberg-Bibel Oder wie in meinem Fall Die Kulturtasche Und meine Lederjacke Obendrauf Seidenpapier Falls Sie im Zombie-Apokalypsen-Krisenstab der Kanzlerin sind Sollte Ihre Hose so wenig knittern wie möglich Sie achtet auf sowas Wir platzieren die Hose mittig Und lassen den Bund und die Beine raushäcken Und mitten da rein Äh Seidenpapier Darauf jetzt die Hennen Oder wie in meinem Fall T-Shirts Es soll ja Leute geben Die haben ausschließlich 20 Kilo Seidenpapier im Koffer Da knittert ein gar nichts mehr In die Lücken des Gepäcks Werfen wir Socken Unterwäsche Und unsere gerollte Jeans Jeans können das nämlich ab Jeans können alles ab Sogar den Arsch von 100 pro Faller Und nun Haben wir eine ziemlich knitterarme Klamotten Seidenpapier lasst an ihrem Koffer Einfach jetzt zumachen das Ding Und bon voyage Das restliche Seidenpapier geht für das Handgepäck drauf Denn wie sagte schon Stephen King Don't leave home in a zombie-Apokalypse Without it Fassen wir zusammen Koffer packen ist ein bisschen wie Bundeskanzlerin sein Schwer starten Nach oben in alles leicht nehmen Reibung vermeiden Und dann einfach zumachen Ist zwar gehässig War ne super Eselsbrücke So Und jetzt du Unser nächster Gast Ist Schauspieler Und ein Ur-Bochumer Jetzt lebt er in Berlin Um die Wesensart der Region in andere Städte und Rollen zu implantieren Schätze ich mal Jedenfalls hab ich immer das Gefühl Dass er bei aller Wandelbarkeit Den Geist des Ruhrgebiets trägt Wie eine alte Lederjacke Also Klarer Fall von guter Typ Hier ist Ingo Naujox Ja sag mal Hammer oder? Leck mich im Arsch Wenn das ok ist Lass ich das erstmal Aber das ist tatsächlich Man muss gleich die Regeln festlegen Das ist eine Kreidler Florette von Anu dazumal Und ich weiß ja Ich hab ein bisschen so gelesen Was du so gemacht hast Und ich weiß Dass so ein großer Freund Speziell dieser Maschine Dieses Muckix Biss aus den frühen 80ern Und nie einer hattest Ja Geile Scheiße oder? Ja Weißt du woran das liegt? Ist ein ganz einfaches Naturprinzip Ich hatte keine Kohle dafür Ja Ich hatte sowas natürlich auch nicht Aber ich muss auch sagen Dass ich starke Kindheitsflashbacks kriege Wenn ich so einen Teil in so einem guten Zustand kriege Was hat die damals gekostet? Weißt du es noch? Ich hab gefragt Ich weiß es Ich tippe Lass mich sagen Wir sind bei D-Mark D-Mark 2.800 bis 3.500 Ziemlich genau Ja 3.500 oder so 3.500 Also D-Mark Weißt du was der Teil heute wert ist Wenn er es jetzt so vertickst So wie es ist Mit so ein bisschen Anbeule Wie viel? Ich hab gefragt Euro Euro Euronen Lass mich sagen 10 12 12 12 12 Für dieses Unfassbar Aber es ist tatsächlich wahr Willst du einmal anschmeißen? Ich muss vorne mal gucken Leute Ich muss vorne mal gucken Auf dem Tacho steht Ihr werdet nicht glauben Auf dem Tacho steht 140 100 Ja Kilometer Achso Nein Es steht doch tatsächlich Stuckis Guck mal 159 Ist das Ding nur gelaufen Nein Ich meine 140 Stuckis Schafft er nicht Haben wir damals gesagt Stuckis Das war nur so Kackenlauer Damit du an der Tankstelle Sagen konntest Guck mal Fährt 140 Im freien Fall Aber das ist ja nicht gewesen so Aber schnell waren die trotzdem Und wichtig ist ja die durchgehende Sitzbank Für die Mädels hinten Das war ja wichtig Ja ja klar Das aussieht wie ein Wie ein Motorrad Wir müssen zuerst mal Du musst den Benzintank auftreten Richtig Den Benzinhahn Das heißt Mit den Vergaser fließen Gang raus Digga Gang ist wohl raus Das mach du Ich mach nichts Nein ich will nichts Setz du dich drauf Ich mach den Gang raus Du setzt dich drauf Okay Ich möchte die erste Reihe schon mal vorfahren Es wäre gut Wenn sie gleich nach links und rechts Und wie sagen die Beastie Boys Kükelt So pass auf Ist das Ding an oder was Ne so musst du es noch da Damit Licht ist Auf zwei Ah Alles klar So wie immer wenn wir besoffen waren Alles klar Alles klar Ja Ja jetzt guck mal Gang dürfte raus sein Ich gehe ein Stück weg Gang ist raus Wir haben Ich danke Ihnen schön Wir haben soeben den Die Gangschaltung abgebrochen Bei dem Versuch Weißt du Wenn diese Sendung Jetzt einen Grimme-Preis gewinnt Kriege ich das Geld Vielleicht sogar wieder Ja 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 Fantastisch Geiler Typ du bist Wir machen aus Und sterben die Leute in Vergiftung Aber Ich dachte ich starte mit dir Gleich mit so einem emotionalen Punkt Weil ich hatte so ein Ding Ja das ist relativ emotional oder Das ist Ja das ist aber auch ganz billiger Guss Das kann nicht mehr als Nicht mehr als 2000 Euro kosten Wenn ich bedenke Nimm das Teil mal mit zum Sitz Komm mal mit Okay Sieht aus wie ein Mikrofon Das merkt der Besitzer gar nicht Das merkt der Besitzer gar nicht Fantastisch Ja Schön Ich bin bei dir zu sein Ja es ist schön bei dir zu sein Du bist einer Das Hemd Ihr seid ein wunderbares Publikum In Oberhausen Ja ihr seid ein wunderbar Bring sie Bring sie hoch Oh man Siehst du mich als Berliner Nein du bist immer noch Ja das bleibt man auch Berlin ist ja nur deswegen da Ich bin ja da hängen geblieben Vor 20 Jahren gab es die Straßen von Berlin Ich weiß nicht ob Sie daran erinnern In den 90er Jahren So eine Krimi-Reihe Und da hat man mich gefragt In Bochum hat mich gefragt Hast du Lust dazu zu stoßen Kommissar zu machen Ich denke ja klar gehst mal hin Bleibst vielleicht 2-3 Wochen Aus 2-3 Wochen sind dann 20 Jahre geworden Ja das sind so scheiß Knebel-Mietverträge Erzähl mal weiter Ja Da komme ich auch nicht raus aus dem Vertrag Da komme ich auch nicht raus Da kommt ja auch noch eine Frau dazu Und noch Kinder dazu Und da kommt man ja überhaupt schon gar nicht mehr Kein Meter weiter Und dann bin ich einfach da hängen geblieben Aber ich kann euch sagen Ihr verpasst nix Ihr verpasst nix Das ist eine der schönsten Werbungen für Berlin Ich je gehört habe tatsächlich Ja nun Ja du hast ja Wahrscheinlich hast du recht Ja Was vermisst du? Bist du oft hier? Geht so? So oft hier Dass ich sagen kann Dass ich Meine Familie Die Gott sei Dank noch lebt Papi ist schon tot 54 Jahre alt Gestorben Stahlkocher Als ich zu Tode war Also meine Familie Mütterlicherseits Alles Bergmänner Meine Familie Väterlicherseits Alles Stahlkocher Das bleibt natürlich klar Dass da ein Schauspieler rauskommt Ist ja klar Die Mütter waren alle Bergmänner? Oder habe ich jetzt nicht aufgepasst? Nein Mütterlicherseits Ja das ist Man muss auffassen Ja ja Man muss auffassen So die Gudrun Die fährt jetzt in die Tiefe Weißt du so Das ist das was ich mir vorstelle Aber Siebte, sechste, siebte, achte, neunte Aber Mami lebt noch Gott sei Dank Gott sei Dank Seid froh Deswegen bin ich öfters Ja Deswegen bin ich öfters im Ruhrgebiet Um zu besuchen Mein Bruder ist auch noch da Den besuche ich auch gerne Und ich bin auch immer froh Wenn ich euch einfach wiedersehe Also weißt du Es ist was anderes Es ist was anderes Es ist was anderes Ja Es ist was anderes Alles was wir eingeatmet haben damals Und was alles was wir verbraucht haben Da an Wäschung, Kohle und so weiter und so fort Sieht man jetzt an diesen Leuten hier Da ist einfach Herzblut Ja Berlin ist so eine ewige Baustelle Es ist gar keine Stadt Berlin ist ein Zustand Ja Das stimmt Aber hier ist so ein bisschen Es ist hart Aber auch nachgiebig Letztendlich kann man sagen Das Ruhrgebiet ist so ein bisschen Die Gangschaltung Deutschlands Die Gangschaltung Was machst du als erstes Wenn du nach Hause kommst? Ich mag mal Linsensuppe auftischen Magst du Linsensuppe? Ja Es ist ein Klischee Und man hört immer bla 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 Und Mama und so Aber es ist wirklich so Das was die da macht Ich höre das gar nicht Das ist einfach so Da kannst du auch Currywurstbrunnen Machen was du willst Mamas Linsensuppe Mamas Sauerbraten Ist einfach das Einfach nach Hause kommen Das ist so Linsensuppe? Also mit Wurst drin oder was? Mit Wurst drin Mit Löffel drin Mit Löffel drin ist gut Ja Das letzte Mal als ich Suppe ohne Besteck gegessen habe Es war so ein würdeloses Schauspiel Ja ist gut Aber Linsensuppe ist auch sehr gesund Ja Du bist ja Also Ganz alarmierend Du bist jetzt dabei Wo wir gerade von Ruhrgebiet sprechen In den Wie heißt es? Morden im Norden Morden im Norden Viele werden es kennen Eine Vorabendserie überhaupt Spannend bis der Arzt kommt Und darüber hinaus Morden im Norden Wirklich sehr erfolgreich Und das wirft so ein bisschen die Frage auf Warum können wir das nicht? Aber bevor wir so eine Sendung tatsächlich mal installieren könnten Überhaupt im Ruhrgebiet Müssten wir erst mal so weit gehen zu sagen Wir brauchen einen schmissigen Titel Irgendwas was mindestens So gut ist wie Morden im Norden Also so ein kleines Gedicht Gemünzt auf die Region Also sowas wie Morden im Norden ist das eine Ich sag jetzt mal Penisneid in Wattenscheid Sowas Ja So Weißt du Guck mal Vielleicht haben wir noch wen Lass uns mal gucken Ob wir tatsächlich Ikan Ja viel Spaß Ikan Drogensüchtige Kickern in Ikan Ja jetzt Drogensüchtige Kickern in Ikan Nice Ich tu die Karten Ich brauch die nicht Komm drauf an was kommt Wer schneller ist Kirchhellen Die Killerschellen in Kirchhellen Das nehm ich Die Killerschellen in Kirchhellen Ja No Erbarmen in Kirchhellen Kein Erbarmen in Bergkamen Ist gut Besser wird das kaum noch Warte Warte Kaltgestellt in Breckerfeld Ich sage ja Danke 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 Jetzt komm ich mal schnell Gib mir einen noch Ich stehe jetzt auch auf Gib mir einen noch Haltern Äh äh ähm Zwei Zwei Bullenaltern in Haltern Ja 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 Und ich Komm mal Lünen Lünen Warte Lünen Äh ähm Sprü 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 Lünen Lünen Äh äh Lünen Ähm Zwei harte Hühnen in Lünen Ja Zwei harte Hühnen in Lünen Oder oder Kommen Kommen letzten Letzten Selm Kennst du Selm? Nö Super Wird auf Google Maps im Maßstab 1 zu 1 dargestellt Da ist der Ort Da bist du Super So groß Der Ort ist so groß So Wie hier so Das Selm Ich dachte Selm wäre ein Fisch Nein Selm Selm Ja das ist äh Selm Ohne Helm in Selm Äh Kops ohne Helm in Selm Ja Das nicht mehr mit Kops ohne Helm in Selm Das reicht Eigentlich reicht es generell Ich sage Es wird nicht mehr besser Ich mache Ich mache ein Angebot Wenn Morden im Norden 2017 weitergehen sollte Da sage ich Sträter Wir reden später Okay Alles klar Ja gut Wenn es was gibt bei dir Was ich im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten machen kann Zum Beispiel ein Totenspieler oder ein Sitzlack Ich bin ganz vorne mit dabei Pathologie ist eine ganz gute Nummer Pathologie Pathologie ist immer eine feine Sache Apropos Pathologie ist eine feine Sache Ich habe ein Geschenk für dich Ich möchte dir das auch jetzt schon mal geben Weil wir neigen uns langsam Da ist mein Geschenk Mein Geschenk ist immer das gleiche Geschenk Ich bin offen gestanden Du weißt schon Es ist tatsächlich eine sehr schöne Mütze Die möchte ich dir schon mal geben Ingo Hast du sowas schon mal aufgesetzt? Nein Willst du mir das mal zeigen? Aber ja Pass auf Weil ich warte schon den ganzen Abend drauf Darf ich dir ein bisschen zur Hand gehen? Ich musste nicht zur Hand gehen Super Fantastisch Nein Nein Und ich sage ja fantastisch Ingo Neujogs Aber ich habe noch ein kleines Geschenk für dich Ich habe Tatsächlich Ja Ich habe Weißt du Das ist eigentlich Soll ich das nicht verschenken Das war nur so zum zeigen Weil ich weiß Das war teuer wie Hulle Aber ich habe mir gedacht Guck mal Das hat so eine kleine Gangschaltung hier Ich möchte das Obwohl es teuer war Möchte ich es dir schenken Oder wie wir im Ruhrgebiet sagen Komm Nimm mit Dankeschön Ingo Neujogs Danke dass du da warst Lass dich umarmen Ingo Neujogs Dankeschön Komm ich bring dich ein Stück Wir sehen uns gleich noch Und nun wird es wieder Zeit Sich ums Feuer zu versammeln Aneinander zu kuscheln Und uns klar zu machen Dass wir uns wie gesagt Ums Feuer versammeln Was nicht gut ist In einer Drei-Zimmer-Wohnung Denn der Teppich brennt Aber sei's drum Hier Ihr Kessen, Gören und Lausbuben Literatur Zur Nacht Applaus Das Ruhrgebiet So sagt man Ist die einzige Region Deutschlands Mit nicht einem Fall Des Tourette-Syndroms Das ist bemerkenswert Und außerdem Gelogen Das Ruhrgebiet Ist einfach die einzige Gegend In der Tourette nicht auffällt Doch Applaus Doch bei aller Rauheit Lachen Sie nicht Doch bei aller Rauheit Sind wir auch sehr emotional Und speziell in der Vorweihnachtszeit Gedenke ich sehr oft Meine Oma Meine Oma hatte Eine sehr sonderbare Vorgehensweise Mich zum Einkaufen Zu schicken Wenn ich als Kind Bei ihr zu Besuch war Nahm sie mich gern Zur Seite Und sagte Junge du kannst jetzt Erstmal auf den Spielplatz Aber lauf bitte später Wacker zum Bäcker Und hol mir Ein frisches Brot Das musst du so sagen Ein frisches Brot Oma ließ mich Eine halbe Stunde spielen Und dann rief sie mich Vom Balkon aus Dem vierten Stock Eine Art Muezzin im Kittel Ja wirklich Zeit Zeit für die Geldübergabe Zum Spielen Hat ich das nicht mitnehmen dürfen Ich schätze die Gefahr Dass ich die ganze Knete In einem Amsterdamer Puff Durchbrachte War einfach zu hoch Oma dann Thorsten Jo Ich werfe das jetzt runter Und dann kam ein Projektil Aus eingewickelten Münzen Aus der vierten Etage Heruntergeschossen Zu schnappen gab's da nix Die Wiese vorm Haus War immer voller Krater Wenn ich einmal versucht Das zu fangen Ich wäre heute nicht hier Stattdessen hätte da Eine Stunde später Ein Team von CSI Wattenscheid Um mich gestanden Der eine Kopf hätte dann gesagt Das ist glatter Durchschuss In die Stirn Austrittsbunde Hinterkopf Und der andere Detektiv Würde nicken und sagen Ich kenn das Kaliber Das sind 1,80 Mark In Butterbrotpapier Die Summe reicht exakt Für ein frisches Brot Da Müssen wir ansetzen Na ja Na ja Kurz vor Weihnachten Meine Oma fehlt mir halt Es geht eben Nix über die Familie Ja genau Frohe Weihnachten Das war die letzte Ausgabe für dieses Jahr Von Stretas Männerhaushalt Dankeschön Gute Nacht Tina Müller Olauio Ich binиля Ich bin Vielen Dank.